Servus Freunde, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, ich bin irgendwie in Stuttgart gelandet. Natürlich nicht irgendwie, ich bin spontan nach Stuttgart gefahren gestern, um hier einiges zu planen. Ich muss hier sehr sehr viele Details fertig machen und hier fragt euch mich den Details wofür, was labert der da. Ich habe hier für morgen etwas geplant, das wird morgen um 16 Uhr auf meinem Kanal online kommen und ihr dürft es auf gar keinen Fall verpassen Freunde. Es wird auf jeden Fall mega mega krass, wir haben uns verdammt viel Mühe dafür gegeben. Es hat wirklich sehr viel Arbeit gekostet, sehr viel Zeit und ich bin jetzt einfach spontan gestern nach Stuttgart gefahren, sechs Stunden, fünf Stunden Zug gefahren. Bin jetzt hier angekommen, haben halt wie gesagt die ganzen Details fertig gemacht, ein bisschen besprochen und alles schön ready gemacht Freunde für euch. Das kommt morgen um 16 Uhr, so eine kleine Überraschung. Am liebsten würde ich das jetzt direkt sagen, euch alles zeigen, aber das kann ich noch nicht Leute. Ich werde jetzt, sobald ich zu Hause bin, heute Abend werde ich das Video für euch für morgen fertig machen Leute. Und ja Leute, jetzt bin ich wegen dieser einen Sache nach Stuttgart gekommen, war hier ein Tag und jetzt düse ich direkt heute Abend wieder zurück Leute. Alles wegen dieser Sache Freunde. Auf jeden Fall denkt ihr euch schon, was klabert der da, halt doch mal da im Mund. Ja Leute, ich hau jetzt ab und würde sagen, wir sehen uns morgen Leute um 16 Uhr, bang, ein Video wieder. Macht's gut und hau rein.